Der Firmenlauf ist im Prinzip eine Teamlaufveranstaltung für Mitarbeiter von jeglichen Unternehmen der Region. Auch Organisationen, Vereine sind zugelassen und man läuft gemeinsam oder auch jeder in seiner Leistungsklasse eine 5km Strecke. Es gibt eine Teamwertung, aber letztlich ist das Laufen an sich nur der Aufhänger. Am Ende wird eine Netzwerkparty gefeiert. Wir bringen hier 260 Unternehmen aus der Region zusammen, die feiern gemeinsam, haben ein gemeinsames Erlebnis durch die 5km Laufstrecke, über die man sich im Nachgang wunderbar unterhalten und austauschen kann. So kommt man ins Gespräch, man kann sein Netzwerk ein bisschen ausbauen, ein bisschen pflegen, man trifft viele alte Bekannte und das ist im Prinzip das, was die Idee Firmenlauf im Prinzip so erfolgreich macht. Ich freue mich riesig über 5000 Teilnehmern. Eine Steigerung, wie gesagt, das ist Wahnsinn. 300.000 letztes Jahr, ich bin völlig aus Wolfsburg. Wünschen mir natürlich noch wesentlich mehr Teilnehmer, vielleicht kann man irgendwann sogar mal die 10.000 anpeilen. Gut, das wird jetzt über die Jahre wachsen. Das wäre mein persönlicher Wunsch mit der Hygia-Gruppe zusammen, dieses Event, dieses tolle Event, weiter nach vorne zu bringen. Drei, zwei, eins und da ist der Elephorix! Wunsch mit dazu, dass es Kanzig untertitelt, sondern hat die Wunsch mit получается, wir sind aber auch in ihrem Saal. Die Flee, zwei, eins und da sind nicht. Beziehungsst nuclei Untertitelung. BR 2018